Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is strange before the storm. What a beautiful day. Yo. This, this isn't right. Ehh, okay. I know what a spark plug does, jerkwad. If mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Dad, turn it up. Digging up my lover from the grocery store. Oh. Oh. Das war William's Toad. Will ich mal meinen. Hat er den LKW nicht gehört? Ich meine, er hat ja gehoopt. Obwohl, ja gut, er hat die Musik aufgedreht. Vielleicht hat er das deswegen nicht gehört. Ja, das kann natürlich sein. Okay. Hey. The hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late. Shit. Thanks. Don't use that sarcastic tone with me, young lady. I can see you rolling your eyes. Uh, hello? I was actually saying thank- I see everything. I'll warn everything. Alles klar. Hello, Black Hell. Die Schule, Leute. Wir kennen sie ja schon, ne? Wir kennen sie ja schon. Chloe hat halt so null Bock. Hey, Chloe. Oh, hey, Elliot. Wait, what happened to your face? Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Guess it's true, then. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about The Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's going to be lame, but I was thinking... Do you want to go together tomorrow? I try to make it a rule not to go to school any more than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. Alright, see you in camp. Yeah, for sure. Ach, Chloe, komm schon. Das war nun mal wirklich obvious hier. Gotta track down Steph to pick up my DVD. I've still got time before class. DVD von Steph holen. Alles klar. Maybe this play won't suck. Maybe. Hm? How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Drogen, sie machen dich fertig. Ja. Well, at least not for now. 999 Sci-Fi Film Club Treffen Mittwoch 17.30. Ist dir das Genre neu? Wir stellen dir die Klassiker vor. Hast du einen Filmvorschlag? Sprich mit Warren oder Brooke. Ach, Warren. Könnte ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Ne. Du weißt ja, wie es mir so vorkam, als könnten die Dinge zwischen Mama und mir nicht schlimmer werden. Ha! Die traurige Wahrheit ist, auf einmal muss ich mit entscheiden, ob ich nett oder ehrlich zu ihr sein soll. Denn beides geht nicht. Aber wie soll ich weiterhin nett sein und so tun, als treffe sie keine fürchterliche Entscheidung mit dem Schnurrbart? Und warum bin ich die Einzige, die sich wegen der feindlichen Übernahme unseres Hauses sorgt? Heute einen Bergzeugkasten und Schmorbraten. Morgen. Ich sollte hier aufhören. Meine geistigen Gesundheit zuliebe. Honestyville Niceberg. Ja, ich weiß, dass Mama sich wegen dem Geld Sorgen macht. Aber das rechtfertigt ihren fürchterlichen Männergeschmack nicht. Außerdem weiß Mama, dass ich schwänze. Was scheiße ist, aber auf gewisse Art fühle ich mich besser. Bedeutet das, dass ich ein schlechter Mensch bin? Dass es mich nicht kümmert, dass ich schwänze? Und dass ich nur erleichtert bin, nicht mehr lügen zu müssen? Hm, antworte besser nicht drauf. Besser. Antworte besser nicht drauf. Chloe, der nutzlose schlechte Mensch. Der Schnurrbart hat mich heute zur Schule gefahren. Ja, so läuft mein Leben. Noch schlimmer, er dachte, diese Fahrt wäre eine Gelegenheit, mir zu sagen, wie die Dinge von jetzt an laufen. Du wärst stolz auf mich. Ich habe meine Klappe gehalten, wie ein braves Mädchen. Oder eine brave Serienmörderin. Es gibt mehr, als eine Art, David zu häuten. Hab wieder vom Papa geträumt. Der Traum, in dem ich dort war, als es passierte. Es wird jedes Mal schwerer, mich zu erinnern. Was echt ist und was nicht. Nach dem Aufwachen weiß ich nur, wie sehr ich ihn vermisse. Ich hoffe, das hört nie auf. Die Chloe, die nicht dort war. Oder doch? Mikey und Steph Erstmal Elliot, alles klar. Was Blackwell-Schüler angeht, ist Elliot Hampton nicht so übel. Er hängt manchmal mit einigen der Idioten rum, aber ich habe den Eindruck, dass er eher ein einsamer Wolf ist. Wie ich. Ähnlich wie bei meinem Stundenplan haben Elliot und ich gemeinsam Geschichte, aber kein Theater und die Chemie stimmt nicht. Wir haben ein paar Mal rumgemacht, kurz nachdem Papa gestorben ist, aber da war nicht viel dran. Ich glaube, ich war bloß gelangweilt oder ein wenig einsam. Seltsam, ich weiß. Ich verstehe Elliot manchmal nicht. Er fragt mich ständig, ob wir was unternehmen, was nett ist. Aber ich bin mir nicht sicher, dass wir noch viel gemeinsam haben. Wenn er mit mir spricht, kommt es mir gelegentlich so vor, als studiere er mich. Ich weiß nicht, ob er nur befreundet sein oder mir an die Wäsche will. Ich schätze beides, ist ein Kompliment. Es interessiert mich nur nicht, sonderlich. Sorry, Elliot. Ähm. So. Has kissed girls, has not kissed ever. Ha, ha, ha. Alles klar. Ich kann mich nicht entscheiden, ob Steph die coolste oder die nerdigste Person von ganz Blackwell ist. Vielleicht beides. Sie ist auf jeden Fall die Königin der Stubenhocker mit all ihrem kuriosen Rollenspiel und Sci-Fi-Kram. Gott, oh Gott. Ich glaube, ihr Vater ist ein Video-Editor. Sie verdient Kohle mit dem Verkauf gebrannter DVDs. Der Brechen zahlt sich aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Steph sich um den ganzen technischen Backstage-Kram für die Theatervorführung in der Schule kümmert. Was ja passt. Noch etwas über Steph. Sie steht auf Mädchen. Und es ist ihr scheißegal, was andere darüber denken. Mikey Norris ist der Vorsitzende von Stephs Fanclub. Und die zwei findet man gewöhnlich mit zusammengesteckten Köpfen an einem der Tische mit 20-seitigen Würfeln. Wann immer sie die Gelegenheit haben. Wenn das Leben wie einer der Filme aus den 80ern wäre, die Papa immer geguckt hat, dann wäre Mikey der Nerd, den die Sportler Hosenreißer verpassen. In der echten Welt steckt jeder, der Mikey angreift, tief in der Scheiße. Mikeys älterer Bruder ist Drew North, der Alpha-Sportler von Blackwell. Uyda. Die Wahrheit ist, dass Mikey einer der wenigen wirklich netten Menschen hier ist, obwohl er manchmal etwas sagt, mit dem er einen düsteren Ausblick aufs Leben preisgibt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht Star Trek? Alles klar. Steph. Hey, bin bei den Picknick-Tüchen mit Mikey. Danke auf dem Weg. Den gucken wir uns erstmal um. Skip. Skip Matthews. Blackwell's Finest. He's not so bad for a mall cop. Okay. Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. Looks like you did, though. Huh? Ah, right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicapped parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night, caught firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw a firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. What? Like good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Yeah, okay. Great. Yeah. Siegt auch noch wer? Yeah. Siegt auch noch wer? Siegt gar nicht mal bad, um ehrlich zu sein. Echt gut. That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Oh, ho, ho. Right on. Awesome, Chloe. Thanks. Yeah. Wir sind nette Menschen. Mrs. Grant. Morning, Miss Grant. Chloe, are you alright? Yeah, I'm fine. Hmm. What do you think of this hypothesis, that you'll be in your seat by the time chemistry class begins today? Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good. But instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Maybe in another six months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. Schon? Irgendwie? Laser wären schon cool. Gut, was finden wir hier noch so? I prefer to wake up and bake, but hey, for each of their own. But fire is so pretty. Aber fire is so cool. Hust, hust. Prinzipielles Feuer ist echt cool. Hallo, liebe Leute. Ah, oh. Moment, geht das wirklich? Sagt sie jetzt irgendwas? Irgendwas cooles so? Oder kommen jetzt Leute? Okay. Oh. Principle Wells. Hi. Chloe Price. Is that a black eye? I'm... Yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. From me. You never fail to conform to your reputation, do you? Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. How many minor infractions in a major one? This is no joke, Miss Price. Who's joking? You've seen my math grades. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Miles really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah. So you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Sir, my well of witticisms runs so deep that you would get trapped at the bottom and never make it out alive. Ooh, they were nice. Jokes? In my experience, that's how the guilty cover up their infractions. Clearly, you haven't studied the wake-and-bake clause of the stoner constitution. All stinky herbs shall be smoked before entering school premises. So, you are admitting to having consumed marijuana this morning. Maybe. Or maybe I want to see if you have what it takes to make me pee into a cup. Seriously, I really do. That's quite enough. I do not need to search you, Miss Price. Your words alone have convinced me of your guilt. You will meet me in my office after school for formal reprimand. I just wanted to take the right thing. Just, great. Oh, man had also not so much time to think about what you could take. Oh, that's great. That's great. That's great. That's great. So, what's this here? Victoria? Hey. Oh, Carrie Price. It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Tell what, Victoria? It's a photo. Big deal. But it's on Facebook. I mean, that basically means you and Rachel are like BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging her or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed-up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So, you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God. I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment and you're being you. Ugh. I'm sorry, Victoria. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Of course. That last problem was hard, right? If I remember correctly, the answer was... Fluorine, Uranium, Carbon, Potassium and Uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey. Thanks, Carrie. No problem. Chloe, nicht Carrie. Hey, Chloe. Hey, Samantha. Was are you reading? Who's afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoytas English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. But I don't know what I'm actually talking about. I bet. Hmm. Okay. Da ist noch wer. Mit dem muss ich noch reden. Justin! Hallo! Alles klar. Huh. Huh. Ich habe diese verrückte Party in der alten Mille nach dem Norden gewonnen. Es ist ein bisschen ein DIY. Wow, keine Scheiße. Ich dachte, das Ort war, wie Maths Central. Meine Cousin hat diesen Hooker dort gesehen und... Whatever. Es war cool, okay? Du wirst nicht verstehen. All right. Ich glaube, ich werde dich in der Klasse sehen. Word. Ok. Da sind die beiden, aber hier ist noch wer. Evan. Was ist denn mit dir? Ja. Haha. Haha. Ja. 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 Ja, das war es deutlich. Versteh mich mit einer Beтрigung zu haben? Schon klar. Ich liebe Begrüß aus. Ich liebe die Begrüß. Bestes von meiner Leben. Wow, danke. Ich habe das nicht gesehen. Du wie sehr interessiert, in den Probleme und mit dem Publikum. Du willst meine Gedanken dimensions ändern? Ich... ...eine... Nein. Direktor Dödel, Mac enorme Eier und Chloe Price. Was? Wichtiges? Wichtiges über wichtige Probleme? Wichtiges Wichtiges? Wichtiges Wichtiges.